Was ist mein Herz? Was ist mein Herz? Was ist mein Herz? Dann folge ich einfach meinem Herzen. Aber es gibt keine Vorgabe, das ist richtig oder das ist falsch. Nein, einfach was kommt, das muss man machen, da gibt es kein richtig, da gibt es kein falsch. Einfach machen. Du denkst, du machst nicht, wow, das ist gut oder schlecht, du machst nie. Einfach, du willst etwas machen, einfach nicht. Und dann ein bisschen denken, okay, das ist gut, nichts mehr zu machen. Aber nicht zu viel denken. Wenn ich um eine Entscheidung bitte, also zu welchen Weg ich gehen soll oder so, dann... Eine journaler, du machst dieses oder dasst. Einfach, du machst so. Gott sagt nichts, du bist du Gott, du musst das machen oder das machen. Einfach, du machst. Mit deinem Bedürfüll. Du kannst beten und machen, aber du musst nichts glauben, Gott hat gesagt, ich muss das machen. Da kann, mein Gott, etwas kann falsch gehen. Aber spricht Gott, also wie kann ich das jetzt wissen? Gott spricht nichts mit dir. Nein, das ist nur unser Gefühl. Du kannst beten und sagen, ich will morgen etwas machen. Das ist alles Macht. Nicht sagen, Gott hat gesagt, das muss man machen. Das ist ein großer Fehler. Aber man kann sich wünschen, dass man das richtige Gefühl stärker fühlt, dass man die richtige Entscheidung macht. Ja. Manche Leute glauben, als Saibaba hat gesagt, viele Leute, das muss man machen. Saibaba sagt, richtig zu machen, aber die glauben nichts anderes. Manche Leute, die Saibaba sagt, nein, das ist praktisch. Sie glauben nicht. Aber sie sagen, ich will hören, dass ich deine eigene Frau oder so. Inneren. Inneren. Ja. Kann sein Papa auch eine richtige Arbeit haben? Ja. Ja. Also beide, auch der Schild und Saibaba. Ja, das Schild. Die Baba ist, wie gesagt, das war lange Zeit. Das, beide, beide keine Zweifel. Mutter, du hast an einer Stelle mal gesagt, wir sind für Gott nicht wichtig. Wie hast du das gemeint? Du hast einmal geschrieben, ich glaube, in einem Büchlein steht es, wir sind für Gott nicht wichtig. Ja. Wie hast du, wie meinst du das? Wie hast du, ich verstehe den Satz nicht, weil wir sind halt gerne wichtig. No, I mean, for God we are all children. Ach so. Also du meinst das eher aus der Gruppe, alle, für alle. Ja. Also nicht irgendwie einer oder so. Nee, nicht einer. Du bist nicht speziell, ich bin nicht speziell. Alle sind so. So ist es genau. Kinderfrauen. Okay. Habe ich es gestanden. Es ist tatsächlich so, dass ich manche Seelen auf der Welt, also wenn alle die Kinder von Gott sind, dass ich manche Seelen tatsächlich aufgesucht haben zu leiden, bei manchen geht es ja wirklich gut, dann merkt man sich ja auch nicht so schlecht. Nee, eigentlich so. Ja. Das ist eine Creation auf Frau, das ist eine Creation auf Menschen. Und da kann es nicht so was... Manche Länder sind gut, manche Länder sind schlecht und ja. Manchmal, wenn man sich damit so verbindet, dann fühlt man die Verantwortung dafür. Und das ist manchmal ganz schön schwer, ganz schön schlimm. Ja. Wenn man sich so stark damit verbindet, vom Kopf her. Aber man kann eigentlich nichts machen. Ja. Aber es ist manchmal so, als... Aber du bist nichts antwortlich. Du bist nichts antwortlich. Du bist nichts antwortlich. Du selber du und selber deine Familie und deine surroundings. Du bist nichts antwortlich für die ganze Welt. Das kann man halt ab. Ja. Das kannst du... Du hast solche Gedanken. Ich bin ganz antwortlich für die ganze Welt. Du bist nichts antwortlich. Manchmal ist es nur schwierig, die richtigen Grenzen zu tun. Und davor, du kannst du beten, aber du bist nichts antwortlich für die ganze Welt, die ganze Menschen. Weißt du, du bist antwortlich für deine Familie, vielleicht selber und so. Aber für sie zu beten ist gut. Aber du bist nichts antwortlich. Ja. Ja. Du bist so irgendwie... Ja.